So, wollen wir jetzt mal hoffen, dass wir jetzt da mal so... So geht's am einfachsten. Ist klar. Was haben wir denn hier? Ich muss da hinten hin. Schau mal, er ist wie invincible. Ich weiß nicht, dass wir ihn nicht mehr schnappen. So, Eingang schon mal gesäubert. Darum sind zwei Waffen. Wir müssen uns ja natürlich mal anschauen. Ah, ich hab auch... Oh, warte mal. Wie kommen die Gäste sogar... Es kommt uns gerade gelegen, dass wir hier lang gehen. Ach, da oben ist sie okay. Okay, okay, okay. Weil ich wollte mal eben in den Laden rein gehen. Bozo, Monsieur. Auge ab! Ich bin ein guter Kerl! Guten Schlagen, rechtsreißen und versonderer Amputationen! Aber ich... will das nicht. Auch Bomben voll machen. Hab ich die denn voll verscheppert? Achja... Da bei den Kackpratzen. Geldbeutel, Medizin definitiv. Medizin ist definitiv. Ein Auto. Dietrich hab ich noch. Na, komm ich mit aus. Weicht. Vollkämmer füllen. Ist okay. Okay. Wieder ein bisschen näher dran. So. Ähm... Was wir kennen... Was wir kennen... Loll... Ich geh ja schon. Geh doch einfach. Mensch. Verdammter Narr. Ich zeig dir, wer hier die verdammten Hosen anhat. Äh... Gut. Ich hab ne Hose an. Du hast ne Hose an. Deine ist gleich voll. Meine nicht. Komm du mal mir hinterher. Du blöder Idiot. Boah. Ernsthaft. Musste das sein? Auf ner Straße. Schmerz. Ah, da komm ich rein. Was glaubt ihr, wir haben die Österreicher tun? Lalalala, eine edle Dame. tot. Ah! Hm. Hm. Schau mal eben, einer ist da... Ja, und ich hätte meine Augen... ...haben müssen. Ist der in dem verfluchten Nebel verschwunden? Auch schon wieder zwei. Der geht da hinten lang, der da lang. Hätte schwören können, er kam hier entlang. Ah, du Master! Kam ich auch. Komm von den Daumen! LOL! Hab, 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 hab. Hat er gemacht. Hab, 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 hab. Puh. Hm. Okay. Okay. Mit vorne lassen wir. Das bleibt definitiv. Hm. Mit hinten auch. Da will ich aber einen Doppelantat machen. Da habe ich diese eine Mission auch fertig. Den Wein hole ich mir auch. Würde ich auch machen. Alter, das ist eigentlich ganz geil. Hörstest du dich von meiner nett gemeinten Intervention? Zehn sich doch mal an die YouTube, ne? Zurück, sag ich! Was ist der Zweite? Äh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Na, kommt der jetzt zwischen? Neee. Geh weg. Okay, wenn ich jetzt... Mach ruhig. Ich wünsche dir viel Spaß. Bye. Hahaha. Geh wieder zurück. Hup. So, ich würde sagen... Auf, auf nach oben. Ja, wir haben sogar eine Möglichkeit hochzukommen. Bist du noch hier hin? Nein. Ich bin zu, ich bin zu. Da bin ich, die săria. Zähne. Ja, ja. Aber, was hast du da, hiel? Und jetzt hier? Ich bin zu. Ich bin zu. Jetzt bin ich. Ja, ja, das bin ich. Und du auch nicht mit rein. Ach. Nein, nein, ich bin zu. Ich bin zu. Ja, nein, ich bin zu. Wie Tür, ich bin zu, oder? Das ist nicht zu. Oh, komm hoffentlich nicht hier hin. Oh, nicht ganz runter, ich wollte da rumbleiben. Weil dann kann ich nämlich schön, äh, okay, mich jetzt mal da dran hängen. Let me start.